Ab wie vielen Jahren sollte man beten? Betest du schon? Betest du schon? Manchmal ja und oft nein. Gibt es ein festgesetztes Alter? Die überliefer uns bei Abu Dawood, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, befiehlt euren Kindern das Gebet, während sie wie alt sind? Sieben Jahre. Und gebt ihnen einen leichten Klaps, wenn sie mit zehn noch nicht beten. Klaps, ja, keine Kopfnuss, ja? Das heißt, auf dem Hintern ganz leicht. Das heißt, wann soll ein Kind zum Gebet geführt werden? Erst in der Pubertät? Antworten, nein. Je älter er wird, umso schwerer wird es für ihn. Aber wenn er sich von klein an daran gewöhnt, dann ist die Sache leichter für ihn, inshallah. Verstanden? 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 Verstanden?